Ich melde mich mal heute vom Westebruch in Waldschwürdenberg am Kohlenberg in der Nähe von Leipzig. Hallo liebe T-Online-User, hier kann man ideal wandern, klettern und auch tauchen, aber passt denn das Wetter auch dazu? Am Donnerstag wird es in einem breiten Streifen von der Ostsee bis nach Bayern wahrscheinlich eine ganze Menge Sonnenschein geben, wenn sich Nebel und Hochnebelfelder aufgelöst haben, was ja Anfang Oktober auch nicht mehr ganz normal ist. Die Sonne hat einfach nicht mehr so viel Kraft. Das heißt, vor allem entlang der Donau kann es bis zum Nachmittag hin doch auch neblig und bewölkt sein. Aber es wird in diesem Streifen auch Orte geben, wo es einfach den ganzen Tag über viel, viel Sonnenschein gibt. Nordöstlich davon ein paar dickere Wolken, genauso wie in der Westhelfelde. Und hier kann es am Nachmittag dann auch anfangen zu regnen. Die Temperaturen überall eigentlich relativ spät sommerlich, 15 Grad unter den dichten Wolken. Ansonsten sind noch mal bis zu 21 Grad möglich. Ja, wie es am Freitag aussieht, dazu morgen mehr. Schon mal eine kleine Vorschau. Es wird sich ein Sturmtief entwickeln und wahrscheinlich Freitag früh über Britannien für heftige Sturmböen, Orkanböen sorgen. Auch in den Alpen gibt es Orkanföhn. Und im Osten Deutschlands kann es am Samstag noch mal bis zu 25 Grad geben. Morgen Details dazu. Vielen Dank.